Du hast gar keine Bedenken, da drauf zu steigen, oder mal untersuchen, was man damit machen kann. Guck mal, was wir machen hier, komm mal, geh mal ein bisschen zur Seite, geh mal zur Seite, ja, so, 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 allζ, ja, so, allz, ja, so, allz, ja, so, allz, ja, allz, ga, doitps, ja, Ja, ein feiner Nerv. Oh, ein feiner Nerv. Das ist halt eine etwas unförmige Decke, unförmige Decke. Die Kratzer, schön, oder? Ja, die Krautsche, die Krautsche. Ja, hinten Kraul, Beine entlang Kraul, so fein. Magst du noch mal schnuppern? Oh, wie fein, gell? Kann man toll spielen mit solchen Sachen, gell? Ja, sowas machen wir am Stall einfach, wenn wir die Säcke hier einfach benutzen und irgendwas damit machen, lernt er das einfach kennen. Er kommt auch mit. Ja, kommt mit. So, dann machen wir hier rüber. Ja, so, so fein. Oh, so ein feiner. Oh, so ein feiner. Oh, ja. Oh, ja, so ein feiner. Oh, ja. Magst du auch? Magst du auch spielen? Guck mal hier, fein spielen. Ist nicht zum Spielen, okay. Taffi kommt auch mal gucken, was wir machen. Taffi kennt das ja auch. Sie hat auch keine Angst vor sowas. Oh, ja. Mit einer Hand. Das ist schwierig. Das ist auch. Runter. Runter. Ja, krault ihr euch? Oh, ja. Man kann sich gut pflegen, wenn man solche Spiele macht, gell? Ja, ja, ja. Spielt ihr weiter, alleine kraut ihr ein bisschen. Okay. Oder auch nicht. Ja. Ja. Ja.